Hey, 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 hey! Schau mir wieder! Vor in seinen Kopf! Ja, vor in seinen Kopf! Vor in seinen Kopf! So, jetzt hole ich einen raus, pass mal aus. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich hau einen raus. Wenn das nichts wird, ist es. Schnapp ihn dir. Haaa! Eins auf. Ja! Hallo! Freunde! Nein! Was nein? 12! Hast du mich gehört? Junge, ich seh dich da! Ich will eine Lampe! Du bist ein Scheißhaufen! Und damit... Moin, Leute! Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Vlog! Ihr seht gerade schon, ich habe ein traumhaftes Paket in der Hand! Aber erst mal, hey, wie geht's hier? Alles gut? Ja, alles gut, ich starte jetzt hier vier Stunden. Hat mir einfach... Vielleicht... Ja, können wir mal machen! War warm, sag ich mal. War warm, ne? Ich hab was riesig geiles dabei. Magst du es kurz fangen? Okay. Hi! Perfekt! Und folge mir! Okay! Hi, na? Donald kommt morgen! Das habe ich dir doch heute in der Folge gesagt! Für Donald jetzt wieder! Nein! Donald gibt's morgen! Aber! Du kannst heute mit meinem neuen Spielzeug spielen! Was ist das? Lass dich überraschen! Donald! Ich werde dich gleich mal kurz... Nein! Da ist nicht Donald drin! Da ist Donald drin! Aua! Hey! Hey! Darf ich machen das jetzt auf? Nein! Doch! Nein! Das ist eine Überraschung! Für wen? Ja! Auch für dich! Ohne Witz! Es ist eine positive Überraschung! Ich möchte nicht zu viel verraten! Aber! Süßigkeiten, Rebi! Ist ja eh nicht der Fall! Doch! Ist wirklich der Fall! Da können wir Felix füttern immer! Ja! Da können wir jeden mitfüttern! Dankeschön! So Leute! Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich so eng ist! Ey! Ich pass nur auf! Mit dem Messer auch vor allem in der Hand! Stimmt! Moment mal! Was willst du denn mit deiner komischen Nerfkarten, Alter? Okay! Man spielt nicht mit Messern! Man schneidet damit! Oh! Da ist es! Da ist das Ding, meine Damen und Herren! Bats! Guckt euch das an! Das ist perfekt für mein Zimmer! Ein Candy Grabber! Mit Candy! Und mit kleinen Börnern! Aber das Candy ist ja schon draußen! Voll gut! Lass nicht einstehen! Nein! So funktioniert das nicht! Kurze Stimmungsumfrage! Was hältst du davon? So viel Mühe! Neu! Das ist mega geil! Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mich mega gefreut! Nein, 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 nein! Den musst du dir verdienen! Oh, jetzt hör doch auf! Ja, ich geh du hier so eisern Schnatsch! Oh Mann, dann geh ich zum Kiosk und kauf mir einen! Mann, Mann! Warte! Ich weiß nicht, ob man den noch aufbauen muss! Ich muss das hier erst mal verteidigen! Wo ist mein Messer? Ja, Alter! Ja! Den bin ich! Hey! So, mal gucken! Gucken wir doch mal! Ja! Als wären die, wenn Dena in diesem Büro ist und ich innerhalb von zwei Minuten weg innerhalb dieser Dinger! Ja! Der lebt von sowas! Das ist Felix von der... Das ist Felix Blues! Das ist ja schon komplett aufgebaut! Wie nice! Dena lebt von Süßigkeiten und Cola! Ja, aber ich hab die noch für alle geholt! Die kann ja ruhig, die kann ja ruhig alle aufessen, wenn er meint! Guck mal, Dena, was wir gekauft haben! Das wird dir gefallen! Guck mal! Kommt Felix! Jetzt kommt's! Ne Red! Ne Red! Ja, genau! Nein! Hey! Hey! Schau wie wir! Ich boh in seinen Kopf! Warte! Ja, boh in seinen Kopf! Ich boh in seinen Kopf! Nein! Nein! Was bist du denn für ein alter... Ey! Richtiger Gearschlund! Nein! Aus! Ich darf kurz den Kopf drüber! Ich hab nur eine Hand frei! Swap! Nimm die Kamera wieder, bitte! Ja, jetzt auf einmal doch, oder was? Baby! Ich bin's Krabben! Nein! Biss! Du benimmst dich jetzt! Sonst gehst du nicht raus zur Kamera! Hey, das ist ja dein Blog! Ich muss nicht nur recht die Kamera kommen! Was ist da noch drin? Ist der abgeschraubt? Nein! So, jetzt müssen wir das Ding hier mal aufmachen! Hä, wofür? Ja, hier müssen die Batterien... Wie kriegt man die Tüle davon auf? Ja, super! Hast du Batterien dabei? Hoffentlich! Kurze Kamera... Warte, dass du weg kommst! Issy! Vertical Effect, ne? Vertical Effect, ne? Vertical Effect, ne? Vertical Effect, Alter! Nein, Issy! Mit Inaction hier reißen! So, jetzt müssen wir nur noch die Dinge nochmal lösen, denn wir brauchen drei Fälle Batterien! Issy! Nein! Wie kannst du denn nur? Was ist das? Das ist ja skandalös! Leute! Werden wir dann auch einen? Und du isst jetzt einen, ne? Nein, ihr seid doch da rausgefallen! Das ist wirklich skandalös! Das hätte jeder einen bekommen! Ihr habt mich beschossen! Mit dem Nerfgang, das hätte ich euch nie verzeihen! Ihr Verräter! Ich hab mir keinen genommen! Echt? Ich hab keinen! Hier! Damit kommst du drei! Der größte Verräter von allen, der auch einbekommen hat! Der auch ein. Top 10 Animal Betrayals! Das geht! Habt ihr einen gegessen? Ja! Das ist so riesig! Das ist für die Chaos, mir geht's halt! Jetzt gibts sogar einen zurück! Das ist ein Nagel oder eine Acht? Das ist eine Acht, ja! Ich sag doch diesen Ausbild, du bist so ein geiler Kameran! Natürlich ist das so geil, wie du die Kameran hattest, aber so selber guckst! Das ist so geil! Weißt du? Das war die Weiterentwicklung von ihm! Ich muss nicht mal mehr hinschicken! Weitwinkel! Hat ansonsten noch jemanden! Nein! Drei, drei Batterien! Drei Batterien! Solche Batterien, die hier reinpassen! Einen so riesige! Ja, so riesig fetter! Einen so Batterien! Ja, die sind eigentlich hier drin! Was ist das denn?! Das lag am Boden! Zehn Sekunden-Regel! Was mach ich jetzt? Wir müssen irgendwie... Vielleicht können wir Izzy auch schneiden! Vielleicht ist Izzy eine Batterie drin! Oh ne, Alter! Izzy bleibt hier! Wieso gehen alle welche Messer in der Hand? Hallo? Hör! 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 Drei! Ne, ne, da sind welche drin, aber irgendwie... Oder ist das nur die Klinik? Das ist kein... Das ist ein Spielzeug! Achso! Hör! Schnell, schnell, schnell! Hör! 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 Ich guck dir, ist da ein Burger in deinem Bullen! Da muss was ich jetzt rein! Da ist jetzt momentan gerade noch die andere Munition drin! Die blaue, du musst die andere reinpacken. Oh! Rieli, du bist eine Maschine! Im Körper Eilis! Eilis! Das hast du gesagt! Eilis, Eilis und dann... Eilis, was könnte da wohl passen? Boah, Mann! Ich hasse das! Nicht immer da rumprobieren und mir ins Gesicht halten. Wir hätten die letzte Stil nicht direkt beschlossen. Und?! Warte, warte, warte! Nein, nein! Was denn?! Du musst da erstmal die Tütie abmachen, oder? Der ist nicht Janne. Hier oben. Ah, ja. Sind die Batterien richtig drin? Waren die so drin? Ja, die waren so. Vielleicht ist der falsch? Jetzt wird's ernst. Der Rucksack sagt. Der Rucksack sagt. Aber das ist, das kann nicht wahr sein. Die sind voll. Vorsichtig. Nicht, dass du noch einen Finger verlierst. Oh Mann, ich hab das voll cool gefunden, wenn wir sowas hätten. Ich auch. Ah, ist da eine Anleitung? Steht da irgendwas? 3xD. Ach, da muss... Wir müssen Coins da reinpacken. Eine Münze muss da rein, Alter. Natürlich. Scheiße. Warte, warte, warte. Wir müssen aber auch noch die Dinger da reinfüllen. Packet mir den Burgern voll. Hi, Isi. Oh, da ist er. Oh, da kommen die Burgers. Oh, das schmeckt. So ist das lecker, oi. Geil. Hier? Ich bin jetzt ja nicht mal angekommen, Alter. Ja, mal. Isi, so funktioniert das nicht. Ohoho. Tschüss, Digger. Das Ding ist jetzt, ich weiß auch nicht, ob sich das bewegt. Ach so, weil da so viele drin sind. Ja, vielleicht hätten wir... Oh, die fallen da alle hier raus wieder. Richtiger Scam gerade. Geiler Automat, Alter. Ne, ich glaub, da dürfen jetzt so viele rein, warte. Da sind alle Batterien rausgepeppert. Los, Alter. Du musst ab, du musst hoch erst mal. Ach so. Hol mir einen raus, hol mir einen raus, ich hab's noch runter. Wie macht man das Ding denn auf? Meiner Ahnung, Mann. Das geht nicht auf? Du musst irgendwann sagen, okay, und dann geht der runter und auf und holt sich einen. Mach doch. Geh doch auf! Ja, mach... Mach... Was machst du da? Das geht nicht auf! Geh auf! Was ist das da für ein Kabel drin? Ich will auch mal, das wird auch ganz... Ja, aber wie lässt man den denn runter? Ja, warte mal, das check ich jetzt mal. So, erstmal muss man das Geld reinstecken. Ja. Der Rivi hat das so halb da reingepackt. Der mit seinen Cheats, so wie beim Autoscooter. Oh ja, genau, der hier an der Seite. Guck mal! Oh, er hat zugeschnappt. Aber wie hast du den aufgemacht, das nur? Ja, ich weiß genau, wie das geht. Oh, jetzt, er greift... Oh, leider nicht. Oh, Mensch. Du kannst doch weiter versuchen, guck mal. Du kannst doch weiter versuchen, wie beim echten. Wie machen wir das jetzt auf? Nee, 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 nee. Ich krieg jetzt jeweils von dir und von dir... 1000 Euro Nexbox. Ich hab mein Geld reingeworfen. Oh, da. Oh, leider... Oh, leider nicht. Und schon? Leider nicht. Na, wieder leider nicht. Ach, schade. Philipp, möchtest du auch mal? Oh. Ja, komm, mal gucken, ob du das schaffst. Äh, nur kurz zur Info, 1000 Euro Nexbox kostet das Ganze. Okay. Aber nicht, nicht die Xbox One oder so, sondern die ganz Alge. Mein Enkel, ich spendier dir ne Runde. Ich hab das Geld, Opa. Ach, das ist ja sehr cool. Das ist echtes Geld. Ja, das... Das geht ja gar nicht rein. Achso, doch. Das ist auch Bürger. Kann ich noch mal drin? Okay. Achso, weiter. Ja, das ist schon ein bisschen dran. Man könnte ja auch einfach fragen. Oh, was passiert? Ihr habt alles nach links weg, du ruhig. Scheiße. Also, ich sag, ich hole da einen aus. Also, ich find bis dato gut. Mein Scam funktioniert, denn die Burger sind unmöglich. Alle neune sind hier, ey. Alle neune sind hier, ey. Genau. Was ist das für eine Mucke, Mann? Kann man die ausmachen? Ja, man kann die leise machen. Danke. Da müssen viel weniger rein, da müssen viel weniger rein. So, jetzt hole ich einen raus. Pass mal auf. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich hau einen raus. Wenn das nix wird, Izzy. Pass mal auf, ich hab einen angepeilt. Den da, den da, oder? Ja, Mann. Weiter geht leider nicht rüber. Ohhhh. 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 Kommt dran. Was ist da zu... Kommt dran. Kommt dran. Entschuldigen Sie. Sie können doch nicht immer wieder runter. Das ist kein Baggerfahren. Das ist so eine Klarmaschine. Kommt schon. Komm schon! Rusche mal ab! Nein, das ist alles... Ich werd mein Anweis einschalten! Ich hab hier zwei... Äh... 20 hab ich hier reingeworfen! 20 Dollar! Komm schon! Den auf den Müller reinzuwerfen! Wie? Nein! Wie, 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 wie wird das doch was? Das wird nicht... Oh! Maaan! Oh! Schade, schade, schade! Dann ess ich einen von denen! Ja, gönn dir! So! Hau rein! Nächste Woche ein Koppel mit der Rosé, Leute! 10.000 Likes! Das gehört noch! So, warte mal! Ich mach jetzt hier einfach... Nach vorne... Vorsicht, da ist ein Ge-Prank drin! Ein Ge-Prank... Ein Ge-Prank... Ein Ge-Prank... Hätten Sie gerne ein Ge-Prank... Oh ja, schnapp ihn hier! Und jetzt? Schnapp ihn hier! Hau! Halt's auf! Oh! Dann! Das kann doch nicht wahr sein! Ja, schnapp ihn hier. Guck dich noch ein bisschen mehr davor... Warte, warte, warte! Oh, ein bisschen Stress, ein bisschen Stress! Scheiße, scheiße! Runter, runter, runter! Schnapp ihn hier, schnapp ihn hier! Ja! Oh, das sieht gut aus! Ach, wieder hoch! Wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch! Scheiße! Die Spannung ist schon krass gewesen, aber... Das ist jetzt ein Enttäuschung. Ich möchte noch mal... Einer geht noch! Warte, warte, warte! Er ist schon dran! Ja, warte, warte, jetzt, jetzt, jetzt! Oh, jetzt habe ich ihn besser positioniert. Ja, ein bisschen vorgelegt. Ich muss noch mal ein bisschen... Ich glaube, so könnte er ja... Diese Musik ist so anstrengend! Hast du die Burger extra dafür gemacht? Anscheinend, ne? Warte, ja, beide! Kann ich jetzt nicht... Kann ich jetzt ein bisschen bewegen? Scheiße! Scheiße, Mann! Aber der eine sitzt echt nicht da, ne? Ne, die müssen wesentlich freier liegen. Also der ist eigentlich schon perfekt. Oh! Oh, das sieht gut aus! Oh! 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 Jetzt ganz ruhig! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Er fährt nicht! Ach doch! Jetzt, 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 jetzt! Und runter! Oh, mach auf! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Nein! Noch mehr Geld reinstecken! Der hängt echt gut fest! Oh! Oh! Das ist kaputt und jetzt bleibt es schön mal da! Rein damit! Ja! Und jetzt auf das Ding! Meine Damen und Herren! Wir haben unsere Mission erfüllt! Wir haben einen eigenen Dom eröffnet, wie man in Hamburg sagen möchte! Leute! Das war's mit diesem Video! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Falls ja, lasst auf jeden Fall gerne eine kleine Bewertung da! Schaut unbedingt bei allen Beteiligten im UFO los! Lasst einen Like da, wenn ihr einen Burger haben wollt! Eine Spende! Ich finde noch mehr Burger ist ja fast leer! Und dann! Tschau, tschau!